Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Shop Review hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder ziemlich gesund, freut mich ehrlich, dass ich schon eventuell ein bisschen mehr Lust habe, auch wieder zu streamen und so. Ist ein bisschen entspannter, wenn nicht alles so komplett verstopft ist etc. Auf jeden Fall, wenn euch dieser Kanal gefällt und auch die Videos hier drauf euch gefallen und ihr in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, es wird schon über einen Itemshop, da scheint auch schon etwas neu zu sein, weil da ja ein I ist. Die Dämonika ist auf jeden Fall wieder drin von gestern, ich würde mal sagen, wir beginnen auch dann direkt mit dem Skin. Die Spitzhacke ist auf jeden Fall einfach super cool hier mit dem animierten Feuer. Hier die Gitarrenseite, ich liebe einfach dieses Rot-Gelbe, dann auch mit dem schwarzen Lavagestein, passt eben halt einfach perfekt dazu. Dann die Dämonika-Frau sieht auch extrem cool aus hier mit den feurigen Flügeln. Die war ja auch verschlüsselt in den Gamefiles, das ist echt einer der oder einer der coolsten Skins, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Es ist empfehlenswert, den sich zu kaufen. Ich habe schon ziemlich viele Skins und ich habe keine Lust, viel Geld hier in das Spiel reinzustecken. Deshalb kaufe ich mir auch eher selten Skins. Dann habe ich hier die Schädeline, die hat auch zwei verschiedene Stile, die man sich dann freischalten kann. Zum einen hier hinten das Herz und dann aber auch als, oder hat er, äh, achso, genau. Der hat hier auch noch den zweiten Skin, nämlich diesen, äh, helleren Skin. Ist jetzt nicht so mein Fall, aber für den blauen Skin ist das definitiv in Ordnung. Wenn euch der gefällt, mir gefällt er persönlich nicht ganz so, aber könnt ihr natürlich gerne kaufen. Dann beginnen wir mal bei den grünen Skins hier hinten. Wir haben einmal die Hackweiser-Spitzhacke. Ist jetzt nicht so mein Fall. Sieht immer halt ein bisschen schrottig aus. Das soll ja auch schrottig aussehen, aber das Schrottige sieht eben eigentlich wirklich schön aus. Deshalb, so, ist es meiner Meinung nach nicht wirklich empfehlenswert. Wir haben hier T-Pose. Ja, 200 V-Bucks, Emotes, musst du immer selbst entscheiden. Aber ist auf jeden Fall ganz witzig, weil der eben halt dann auch so einschläft. Ist definitiv in Ordnung. Dann habe ich hier den Flugkarpfen. Ja, der sieht auf jeden Fall witzig aus vorne mit diesem Riesenmund. Dann aber auch hier mit den ganzen hellen Sachen. Das ist schon ein cooler Skin. Vor allen Dingen schwebt der eben mal so schön mit den Flügeln an dem Papier unten durch die Luft. Sieht auf jeden Fall cool aus. Habe ich hier den Rabatt-Skin. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ähm, ja, ich mag hier mal dieses Schrottige nicht ganz so. Ist natürlich die Absicht von dem Skin, aber ist hier mal nicht mein persönlicher Geschmack. Trotzdem, für den blauen Skin hat das schon echt viele Details hier auch gerade so im Gesicht. Und hinten sieht das auch ganz cool aus mit den blauen Haaren. Kann sich auf jeden Fall gönnen. Dann habe ich hier mal wieder eine Schwitzer-Skin. Und zwar den Dominierer von Dusty Depot. Ähm, ja, Dusty Depot gibt es ja ein... Das Richtige, Dusty Depot gibt es ja gar nicht mehr. Deshalb ist das schon irgendwie ein besonderer Skin. Ist auf jeden Fall mal wieder ein extremer Schwitzer-Skin. Allerdings finde ich den nicht wirklich blau. Aber wenn man da mal so vergleicht, äh, kann ich euch ja mal zeigen. Die Skins, äh, sehen im Prinzip, äh, besser aus als der Skin hier. Und sind eben halt da nochmal die 4 Euro umgerechnet günstiger. Habe ich hier noch Leuchtstäbe. Ist auf jeden Fall ein cooler Emote. Ähm. Ich würde ihn jetzt nicht zu den allerbesten, äh, epischen Emotes ziehen. Allerdings so im Mittelbereich. Er ist auf jeden Fall in Ordnung. Emote. Dann würde ich sagen, switchen wir einmal rüber in den Rettet-die-Welt-Shop. Und gucken, was da so alles auf uns wartet. Beziehungsweise, es hat sich ja nur das Lama geändert. Mehr ist es ja außer, äh, außer Donnerstags nicht. Item-Shop haben wir hier das Waffen-Lama. Da ist es komplett broken. Schaut euch an, was hier drin ist. Blaue Waffen braucht absolut keiner. Grüne Waffen so oder so nicht. 200 Tickets sind doch das Beste. Da kann man sich, dann ist im Upgrade-Lama allein schon die Überliebenden hier besser. Und die Waffe, als dass das eine Waffen-Lama für 200 V-Bucks bekommt. Es kostet ja normalerweise 1,50 V-Bucks. Ich habe allerdings noch drei kostenlose legendäres Trollschatz-Lama. Lohnt sich nicht. Da hätte man, äh, oder sollte man eher auf die, ähm, auf die Frühlings-Lamas warten. Die dann auch schon mit dem Patch nächste Woche auf uns warten. Und ich hoffe, dir hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.